Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Grimm Legends. Beim letzten Mal haben wir den Schlüssel für diesen Schacht bekommen und da wollen wir jetzt gleich reingehen ohne lange zu zögern. Denn wir haben uns ja nochmal umgesehen, es gibt hier sonst nichts zu machen. Ich habe jetzt kurz vor der Aufnahme, naja schon, ich weiß nicht, ist ein bisschen länger her noch, nicht gerade unmittelbar davor, habe ich nochmal geschaut ob es da noch irgendwo Trugbilder gibt, aber nichts gefunden. Dann, ja, es fehlen auch nur noch 5, also die kriegen wir schon noch zusammen. Und 9 Waldgeister, also egal jetzt, los, rein da. Da soll ja irgendwas drin liegen, jetzt habe ich aber vergessen. Ah ja doch, diese Engelsfigur, die Original-Engelsfigur nämlich. Genau, ja gut, also mal rein mit dem Schlüssel und dann aufmachen. Oh, okay. Ich glaube, da müssen wir erstmal was entwirben. Verändere die, was verändere? Ja, verändere, die Symbole auf den Steinen, bis jede Kette an beiden Enden das gleiche Symbol zeigt. Achso, dann müssen wir jetzt das nachziehen da, okay. Aha. Und das da? Wieso geht das nicht? Ja, gut. Ich will mal eine Kette verfolgen. So, das hier, darum. Oh, das ist aber gar nicht so einfach hier. Das heißt, da muss der Stern hin. Wo ist denn jetzt der Stern? Warum ist der jetzt da oben? Ach, die roten sind fest. Ah, jetzt kapiere ich das. Ja, und jetzt ist da der Stern. Wie ich das gemacht habe, weiß ich auch nicht. Ah, nee, Moment, da ist ja noch einer. Guck mal, da ist noch einer. Da sind zwei. Ah, okay. Ja, ich glaube, ich blicke hier immer noch nicht so ganz durch. Na gut, machen wir mal weiter. Ich versuche es mal mit dem hier. Das da hängt doch zusammen hier mit dem hier. Ah, jetzt ist das... Ja, okay. Ah, die tauschen gar nicht, oder? Wie ist das denn? Ich weiß nicht. Okay, jetzt haben wir das da und das da, glaube ich zumindest. Und jetzt will ich mal das hier versuchen. Das geht eigentlich direkt bis dahin. Da muss ich einfach mehrfach draufdrücken. So, jetzt haben wir den Kreis. Okay. Und das von dem Dreieck geht darum. Da... Ah, nee, das geht da hin. Nee, das geht da hin. Da muss da ein Dreieck hin. Okay, und das da geht darum. Und dann da hin. Dann müsste da ein Quadrat hin. Ja, ich habe es geschafft. Okay, die Ketten sind weg und da ist die Engelsfigur. Aber ich verstehe das englische Wort nicht. Eidel? Eidel? Nö, mach doch nicht. Mach keinen Sinn. Hm, also nee. Mir fällt aber auch kein anderes Wort ein. Okay. Ähm, wir haben hier die Figur. Hier gehört wohl der Anhänger. Ja, da unten drunter. Genau. So, da ist offen. Und da ist ein... ...Brieftreiben. Ich weiß, du musst... ...bierst. ...bierst. I'm in grave danger And by default you are too I've been wicked and now must pay the price for my choices But you should not have to If I don't know where you are Neither will the evil that chases me Please forgive me I did it because I love you Your mom P.S. Where are the charms I made for you? They repell evil spirits in their dark magic Hmm Is it a moon stone? Stimmt, der ist blau Das sieht nach Mondstein aus Ja Gut, dann nehmen wir die mal Aber das ist jetzt nur einer Ja Ähm, okay Noch eine weitere Seite Nein, haben wir nicht Tja, so sieht das aus Und die Schwester hat ja ihren Talisman nicht Ja, dann müssen wir eben alleine gehen Aber das war ja sowieso klar Können wir hier noch was machen? Den Brief nochmal lesen Ja gut, aber das Braucht man ja nicht Und mit ihm sprechen Ja, das wird schon Ja, das wird schon Ja, das war wohl doch sehr einfach Gut, haben wir hier noch was zu tun? Nicht, dass ich wüsste Los in den Wald Und dann Da waren wir ja auch schon Überall Da, weiter Aber wie kriegen wir das hier weg? Die Dornigen Ranken versperren mir den Weg Ich muss die loswerden Um Edward und Lily zu verfolgen Ja, aber wie? Damit? Tatsächlich, damit geht's Sehr gut Los, weiter Ah, zur Kirche Ich will mal eben einen Blick auf die Karte werfen Wie wir stehen jetzt hier? Ach, und dann geht's da noch hin Ah, ja, richtig Da ist ja auch noch Platz Für diese Kringel da Okay, gut Ähm, da geht's raus So, also los Zur Kirche Ja, da ist die Kirche Die ganz schön schief dasteht Okay, also was haben wir da? Ein, einen Adler Mhm, okay Noch was? Ne Ach, ist da vielleicht Ein Waldgeist? Äh, ich sehe keinen Aber da hinten Da ist noch was dahinter Wir müssen das wahrscheinlich sauber machen Dem Anschein nach handelt es sich bei dem Schild um einen Spiegel Genau Einen sehr schmutzigen Spiegel Richtig Wir müssen den Spiegel also sauber machen Was haben wir denn noch hier? Ein Grab Und da liegt was drin Und da ist noch der Spaten Und da, ein Waldgeist So, ja Was liegt denn da drin? Noch ein Adler Ah ja, wir müssen vier sammeln Jetzt haben wir schon zwei Okay Kann man mit dem Spaten was machen? Ich habe jetzt keine Zeit Es zuzuschaufeln Ja, okay Das Grab sieht einsam und verlassen aus Äh, und vergessen aus Ja, sonst ist hier nichts mehr Oh, ah Wir haben hier noch ein Ein, ähm Ein Trugbild Mal schauen Da oben steht jemand Da steht jemand Und jetzt ist es weg Jetzt ist da so eine Hütte Ah, guck mal So ein Baum Moment mal Diese Hütte müssen wir suchen Äh, müssen wir nehmen Das gehört wohl so Und jetzt kommt gleich die Hütte wieder Denn die war ja nicht lange da Genau Hier, eine Hütte Ja gut Dann haben wir das Trugbild Hier auch schon gefunden Ja, also wir schauen uns mal hier Nach links um Ah, da gehören die Adler hin Okay Wir brauchen also noch zwei weiter Und dann können wir da auch machen Die Umrisse sehen wie Phönix aus Okay Dann dem Phönix Was ist denn eigentlich der Plural von Phönix Also Phönixe, ja Hm Ja, ich weiß nicht Ähm Hier Na, das ist noch das hier Aber hier Die Kirche selbst Ja, wissen wir nicht Aber da ist noch ein Phönix Und da fehlt einer Oder haben wir den schon Äh, noch irgendwas hier Achso, ja Wir können ja nicht rein Von innen verriegelt Ich muss einen anderen Weg Das schaut man groß Hinein finden Vielleicht durch den Kerker Ah Also ja, das ist das hier dann Hier Mhm Was macht dann Kerker neben der Kirche Hm Ein bisschen komisch Aber ja gut Ähm Noch was Da Ah ja, der Spiegel Genau Zum Baum Wollen wir da schon hin Ne, ich will mich jetzt noch mal hier umschauen Ähm Soweit es geht Wobei ich fürchte, dass das nicht mehr weiter geht Wir haben schon alles Aber wir müssen da rein Wir müssen also noch einen Phönix finden Tja, dann äh Also los Hoch da zum Baum Ach, das ist eine Statue Das Rad dreht sich Nähere dicht der Klappen Ja, da hat was Oh, ein Wimmelbild Mit Blitz Und da Ja, ansonsten Oh doch, da gibt's was Ähm Aber wo denn? Hier, da Da können wir den Kelch nehmen Und da Ein Waldgeist Der sich im Spinnennetz verfallen hat So, jetzt ist er befreit Und hier ist sonst Äh Nichts mehr Ne Es fehlen noch sieben Okay, jetzt mach ich mal hier Erstmal den Ton Ein bisschen leiser Oh ja, ich seh doch hier was Moment Ach, leiser Nicht lauter Okay, ich hab das Druckbild gefunden Es ist im Mond versteckt Das scheint wohl ein beliebtes Versteckt zu sein Da vor dem Mond Oder in der Nähe des Mondes So, da ist nämlich so ein Gesicht hier Ja, wir haben das auch Jetzt haben wir noch Drei zu finden Gut, also los Ah, nee, Moment Ist da noch was? Da müssen wir dann wahrscheinlich hin Mal das hier alles wegmachen Das hier Noch mehr weg Aha Wir haben also einen blauen Ah, guck mal Einen Leuchtkristall Einen von dreien Wir brauchen also noch mehr Und Dann Dann Hier fehlt doch was Irgendein Vandal hat das Relief zerstört Und einige Fragmente fehlen Dann werden wir diese Fragmente Die fehlen Also wieder finden müssen Und dann hier das alles wieder neu machen müssen Ja, okay Aber wir haben da noch nichts Dann machen wir jetzt erstmal hier das Ja, eins wieder mit Begriffen Ich seh hier ein F Da ist ein F Aber das brauchen wir nicht Wir brauchen ansonsten noch ein Phönix-Emblem Das werden wir dann wahrscheinlich auch kriegen Da, da liegt es Ach, das sind noch mehr Buchstaben Hier, das sind Runen Hier Ja, also hier Da ist der Phönix Dann brauchen wir noch einen Tannenzapfen Ist das etwa der? Ja, das ist ein Kiefernzapfen Okay Das ist wohl recht beliebt Dieser Fehler Na ja gut Eine Schnecke Da ist eine Und wir brauchen noch zwei Oh ja, da ist noch eine Ich seh sie Und da ist noch eine Das ging ja recht schnell So, dann einen Halbmond Den wir aber noch irgendwie bearbeiten müssen Dass wir den kriegen Dann noch einen Baumpilz Aha Wo ist der denn? Äh, seh ich jetzt auf die Schnelle nicht Na, das macht nix Dann Ah ja, Runen Guck mal, das sind die Runen hier Eine Runen Noch eine Noch eine Noch eine Noch eine Und eine fehlt noch, oder? Ja, eine fehlt noch Ähm Wo ist die denn? Die hat sich ein bisschen besser versteckt Ah, da hinten Das da So Dann brauchen wir noch Ach hier da Eine Schlange Da müssen wir noch irgendwas dran machen Okay Eine Eichel Einen Pflock Und eine Kröte Eine Kröte haben wir ja schon gefunden Aber guck mal Da ist noch so eine Rune Ach so Jetzt haben wir erst fünf Dann hab ich mich vorhin geirrt Ah ja, okay Gut Also dann ist da noch eine Rune So Dann haben wir die Runen auch Ähm Eine Kröte und eine Hand Und die wir noch irgendwie zusammenbauen müssen Mhm So, wo ist denn der Baumpilz? Ach da Guck mal Da ist eine Schlange Das da Und da ist auch noch so ein Teil Aha Hier Und der Kopf fehlt noch Ähm Ah Guck mal Da hinten ist die Kröte Die ist gut getan Man sieht sie kaum Aber ich habe sie entdeckt Eine Kröte Und wo ist jetzt der Kopf Und der Ach da Das da So Zack Dahin Meine Schlange Da fehlt zwar ein bisschen Muskulatur und so weiter Aber Immerhin Das Skelett haben wir schon mal Und das reicht auch Eine Eichel fehlt uns auch noch Ähm Meine Eichel Ah hier, da Da liegt sogar noch eine Es ging gleich eine, zwei mit Na gut So Ein Pflock Wo ist der denn? Ah, das da Hier Ich glaube den brauchen wir auch noch Dann die Hand Ja, aber zunächst noch den Baumpilz Ähm Wo ist der denn Da oben? Ne Ich sehe da nichts Da auch nicht Wir können uns ja erstmal um den Halbmond Und die Hand kommen Gehört das? Aha Genau Eine Hand Fehlen Finger Okay, gut Ähm, nur zwei Das hier vielleicht Ein Finger Tatsächlich Das war ein Finger Haben wir den gefunden Und dann fehlt aber noch einer Hm, wo mag der sein? Da liegt eine Klinge Also ich glaube wir müssen da auch nochmal hin An dieses Wimmelbild Ach hier, guck mal da Was ist das denn? Ist das? Ja, das ist aber kein Halbmond Aber irgendwie nach Mond sieht das aus Der Vollmond hat einen Riss Ja, ach oh Da ist der Da ist der andere Finger So Dann haben wir die Hand Und der Vollmond Ah, und dann hier mit dem Mit der Klinge Ne, auch nicht Aber da kriegen wir ja keinen Halbmond raus Aber dafür habe ich den Baumpilz gefunden Hier, da Da ist er So Jetzt müssen wir uns nur noch um den Mond kümmern Ähm Nur wie Mit dem Stein Zerkloppen Zuerst der Keil Ach, oh Moment Da, da ist ein Keil Hier, das Keil drauf Und mit dem Stein auf den Keil Guck mal Und jetzt haben wir einen Halbmond Ja, ja, ja Wir haben alles Und das Phönix-Emblem ist da Schön Dann gehen wir wieder zurück Und versuchen das gleich mal Denn die haben jetzt alle vier Da So Zuerst der Keil Zuerst der Keil Und dann auf damit So Upsi Schön Ja, dann rollen wir erstmal das Fass runter Damit die ganzen Fallen ausgelöst werden Hier, der Leers-Fass runterrollen Was? Achso Nö, geht nicht Dann müssen wir wohl so runter Oder ist da noch irgendwas? Ne, also hier ist Da leuchtet nichts Und da, da glüht auch nichts Also ist da wohl nichts Ähm, auf den Stufen befinden sich Druckplatten Ich muss sehr vorsichtig sein Vielleicht Kann ich sie ja deaktivieren Ähm, ja und wie? Mit dem Fass doch Mh, nö, kenn ich Wahrscheinlich auch nicht Ähm, ja ne Leuchtkristall bringt nichts Die Katze vorschicken Mh, bringt auch nichts Außerdem wäre das gemein Ja, aber wie jetzt? Wie soll das denn gehen? Ähm, Licht machen Oder, oder wie? Oder was? Vielleicht kann ich sie ja deaktivieren Ja, aber wie denn? Vielleicht hier mit irgendwas? Ja, den Spiegel erst noch sauber machen Das wäre auch nochmal eine Idee Was auch immer das bringen soll Ah, das ist immer noch Spiegel Okay Ähm Da ist immer noch der Spiegel Okay Und das wahrscheinlich Ah, er hat das auch Da hinten ist nichts Oh, da Da oben war doch was Ah, das ist immer noch die Kirche Dann Ja, aber auch da können wir gerade nichts machen Da werden wir ja auf den Kerker verwiesen Hm Hm, hm Das Ach, beim Grab war ja noch was Richtig Ja, aber was können wir denn machen? Keine Zeit zum Zuschaufeln Die Erde ist nass und schwer Ja Oh, Kerze Ne Will auch nicht Ähm Vielleicht nochmal nach da oben Aber da war Ach, da Genau Dieses Relief Aber für das Relief Haben wir auch noch nichts gefunden Jetzt haben wir nur ein Einfach nur ein Fass Ja, okay Da ist Okay Da geht noch nichts Was machen wir jetzt mit dem Fass? Oder wir müssen das Ähm Das Emblem nutzen Hier So Hm Nö Also ich will gerne das Fass runterrollen Aber Nö, das geht auch nicht Was sagt denn die Karte? Ähm Wir sind hier Und hier gibt es was zu tun Ja Schon Nur Nur wie? Was sagt das Aufgabenbuch? Ähm Da haben wir ja alles Okay Verfolge Edward und befreie deine Schwester Ja, genau Das ist klar Es muss eine andere Möglichkeit geben Finde einen anderen Zugang zum Kirchengeschäft Ja Hier Aber wie geht das? Doch die Katze hinchecken Ne, dann würde sie sich ja auffällig benehmen Ähm Ähm Hm Mit dem Ne, da haben wir ja nur einen jetzt Das bringt auch nichts Mit dem Kelch irgendwas Licht machen Äh Ja Ja, nö Da befinden sich Druckplatten Vielleicht kann ich sie deaktivieren Ja Ja, wie denn? Die Idee ist ja gut, aber Wie soll man das machen? Ich fürchte Ich muss da mich Äh Ich muss mir da einen Tipp holen Denn Äh Keine Ahnung Den Spiegel sauber machen Vielleicht bringt das ja irgendwas Aber Womit? Vielleicht mit dem Leuchte-Dings hier? Ne Wie heißt das nochmal? Äh Mondsteinmedaillon Also mit dem Mondsteinmedaillon Dass der irgendwie mit Magie Den Den Spiegel sauber macht Ne Aber offensichtlich nicht Das Fass Auch nicht Aber wie wäre es mit dem Kelch Ein bisschen Wasser schöpfen Oder dann eben davon kraten Meinetwegen Nö Oder Ah, guck mal hier Hier Da Äh Erde in das Fass Oh, das ging aber schnell Okay Jetzt haben wir ein volles Fass Und das können wir da vielleicht runterkullern lassen Na siehste Geht doch Haha Gut Das Fass musste voll sein So, jetzt sind wir da unten Und hier ist es ziemlich dunkel Vielleicht brauchen wir deswegen Diese Leuchtkristalle Naja, schauen wir uns mal an Was wir denn hier so Sehen können Erstmal das rote Tuch hier Ein Lappen Oh, mit dem Lappen können wir den Spiegel sauber machen Ja, das ist eine gute Idee Aber was haben wir jetzt noch hier? Wenn wir schon hier sind Das aufmachen Und das hier Ah Jetzt haben wir Licht Oh, sehr gut Das trifft sich doch gut Kann man das wieder zumachen? Nö Ansonsten ist hier nichts mehr da Und hier Ah, wir müssen da noch mehr Licht haben Auch da hinten und da hinten Wahrscheinlich dann auch noch So, sieht aus wie Spiegelrahmen Ja Kann man denn mit dem Lappen da das putzen? Nö, kann man nicht Ja, da muss noch was hinfallen Und da und da hinten dann wahrscheinlich auch noch Hier ist es immer noch zu dunkel Und da ist Naja, da ist was Aber das können wir nicht nehmen Und die Pilze auch nicht Und da in dem Loch da ist auch nichts Okay, dann müssen wir wohl Erstmal wieder nach oben gehen Und den Spiegel sauber machen Denn ansonsten Oh, hier ist eine Schlange Aber immer noch zu dunkel Okay, wir müssen also erst Hier Das heller machen Also gehen wir nach oben Und wischen mal an dem Spiegel rum Ah, siehste Da wird er doch sauber Oh, dann müssen wir gleich was machen So, das sieht gut aus Das auch Und das auch Ah, jetzt geht das auf Ja, weg damit Ah, jetzt haben wir es wohl Okay, und das Ja, okay Und hier haben wir einen Schild Oder ein Schild Der Schild oder das Schild Das brauchen wir gewiss da unten Und das muss da rein Ah, jetzt kapiere ich das So, da rein Und dann Ah, jetzt leuchtet das überall Und wir sehen Viel mehr Und die Schlange bewegt sich sogar Ja, das müssen wir uns alles anschauen Aber das werden wir in der nächsten Folge machen Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss